Dies heiße Wasser wird aber nicht etwa verkauft. Oh nein, man begibt sich vielmehr in die große Trinkhalle und steht dort herum. Zuerst das eine Bein belastend, dann das andere, während zwei oder drei sogenannte Brunnenmädchen unmittelbar daneben mit irgendeiner Näharbeit beschäftigt herumsitzen, ohne die geringste Notiz von der Anwesenheit der Patienten zu nehmen. Sie scheinen für sie Luft zu sein. Allmählich erhebt sich eines dieser Mädchen mühsam und beginnt sich zu recken, streckt ihre Fäuste und den ganzen Körper gen Himmel, bis die Fersen nicht mehr den Boden berühren und gähnt dabei auf so herzhafte Weise, dass ihr Gesicht komplett hinter der Oberlippe verschwindet und man beäugen kann, wie sie inwendig beschaffen ist. Allmählich schließt sich ihr Schlund wieder, Fäuste und Fersen sinken herab und sie tut einige matte Schritte vorwärts. So dann wirft sie einen verächtlichen Blick auf den Patienten, füllt ein Glas mit heißem Wasser und setzt es so fern wie möglich von ihm ab. Fragt er nun, wie viel bin ich schuldig? So gibt sie ihm mit einstudierter Gleichgültigkeit die Antwort, nachbelebe. Durch diesen bettelgleichen Trick, der auf die Großmut des Fremden abzielt, welcher sich auf ein simples kaufmännisches Geschäft eingestellt hatte, gießt sie Öl in die Flamme seines endgültig erwachenden Ärgers. Er tut jedoch, als habe er ihre Antwort nicht gehört und erkundigt sich erneut, wie viel bin ich schuldig? Und sie erwidert ebenso ruhig und unverändert gleichgültig. Nach Beliebe. Jetzt könnte sich der Ärgerbahn brechen, wenn der Fremde nicht den Entschluss gefasst hätte, ihn zu bezwingen und mit äußerlicher Ruhe so lange die Frage zu wiederholen, bis das Mädchen eine andere Antwort gäbe oder zumindest ein weniger gleichgültiges Wesen annähme. Sofern daher sein Fall dem meinigen gleicht, stehen die beiden sich nun wie zwei Narren gegenüber und führen mit scheinbarer Gelassenheit, sich sanftmütig anschauend, die folgende höchst eintönige Unterhaltung. Wie viel bin ich schuldig? Nach Beliebe. Wie viel bin ich schuldig? Wie viel bin ich schuldig?